Aaaaah! Ich mach zu viel zu wenig damage. Aaaaah! Dumme Heilung! Aaaaah! Na, das war jetzt blöd. Ich muss gestorben. Jetzt bin ich dead. Ich muss hier grad an sich das Leben von drei Mann wegjobben. Das war schon blöd. Ja. Nö. Jetzt sehen wir doch wieder die Blechrüstung an. vielleicht funktioniert es damit wieder besser na wieso musstest du verregi ich habe die volle Ladung abgerichtet da steht kein Zweifel dran ja es liegen da 20.000 Seelen drin tun wir die so lang weg man sollte auch passwort einstehen ja das ist nicht normal ja 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 versuch diesmal nicht gleich am Anfang zu sterben wenn es noch vor der Hilfe ist ja dann muss man mehr Damage machen ja ich habe jetzt mal die Fireballs sieht aus ja wieso warte mal was wartest du jetzt warte mal Okay Ich bin ein bisschen gegründet. Ich bin ein bisschen gegründet. wollen wir den da oben kaputt klopfen was eh in die hose geht das ist so klar was ist da mit euch los sind das alles solche die gute internetverbindung haben oder wie die die sammau so was ist echt lächerlich dann machen wir es zu zweit warte lass mal gucken ob es einen pc hat nicht mal wenn man den hat es schwertmeister müsste unten der schwertmeister ja da ist nichts ich glaube da muss am leben sein kann es sein ich weiß nicht sicher nicht ich meinte jetzt einen löwenritter da ja das schon da vorne liegt jetzt ein sein sogar zwei hey das ist doch lächerlich komm schau ich kann niemand beschworen werden das ist nur noch lächerlich dann machen wir es zu zweit warten wir noch kurz hoffen wir mal der kann beschworen werden das finde ich nur lächerlich wenn sie nicht beschworen werden können was hast du da an komm schon komm schon der hat es auf mich abgesehen irgendwie da die wie wie das Das war's für heute. wieder ein bisschen auf mich absieht. Der sagt mir, ich habe dich schon einmal gekillt. Ich schaffe das noch einmal. Hätte ich doch nicht trinken müssen. Jetzt haben wir es geschafft. Das war aber komisch, die Fireballs haben mehr gedamaged. Das ist ein anderes. Ja. Das kann schon sein. Das hat sich zumindest hätte angefühlt, aber kann sein, dass sie gleich viel gedamaged hat. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir hätten auf gleich viel. Ja, kann schon sein. So sieht es schon halt aus. Wie du das Ding da öffnest. Ich will es schauen. Jetzt kann man wieder das Ding ausziehen. Die Rüstung. Und hat sonst keine Items. Was ist? Ich habe Level abgemacht, habe ich schon richtig. Also wo ist da das Bonfire? Das ist jetzt der Bonfire. Das ist jetzt der Bonfire da unten. Ja, das würde ich noch sagen. Das ist eine Ich mutige mich noch mal hätte. Egal, wenn ich mich noch mal hätte. Das ist jetzt der breaks fosse. Ich werde mich noch mal so als Hörger ausgelenchen. Ichaudelle mich noch mal hier. Von dem Dancer Jetzt haben wir drei Bosse gelegt Und den einen mussten wir zweimal machen Du musst auch ein bisschen höher machen Du musst auch ein bisschen höher machen Die brauchen noch 20 Decks Wie 20 Decks? Die Waffen Ah Ich noch nicht Wieso ist die Rüstung so teuer? Na die kann man sich nächstes mal kaufen So ist jetzt vielleicht die Rüstung draußen So Ja bei mir ist sie nicht draußen Und liegt die da? Nicht blau